Wieder eine Runde Battlefield 3 mit eurem Gamezocker hier auf Arctos LP und wir spielen wieder die Nossa-Kanäle im Team-Death-Match. Und ja, wir sind wieder als Versorger unterwegs mit der... Ich habe diesmal jetzt die P90 freigeschaltet. Das heißt, ich bin heute Level 40 geworden. Ist zwar schon eigentlich längst fällig, aber nun gut. Gut, ja, jetzt habe ich sie auch. Ich will die jetzt erstmal so hochleveln, dass ich die richtigen Visiere dafür kriege. Und dann wird die nämlich auch besser. Denn mit den Visieren, die ich im Moment habe, kann man leider nicht viel anfangen. Und vor allem muss ich dann auch so hoch freischalten, dass ich dann nachher die Munitionserweiterung habe. Wo ist denn hier einer? Boah. Ich glaube, die überrennen uns hier gerade. Hier war doch ein... Ja. Was wollte ich doch gerade sagen. Jetzt laufen hier alle natürlich, weil keine Regeln sind, mit Schrotflinten rum. Ein Schuss und dann bin ich auch schon tot. Ich glaube, 200... Ne, wie viele Tickets? 250... Tickets. Oder so. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Hauptsache, Battlefield. Ne? Geh doch mal hier aufs Seite, Mensch. Ja. Wenn du in die Granate kommst, dann läufst du natürlich weg. Habe ich eigentlich schon einen Aufsatz freigeschaltet? Muss ich mal gucken. Hier, Versorger, Zubehör... Ne, freigeschaltet habe ich noch nichts. Ist ja auch egal. Mal. Ups, ja. Na komm. Ach, der ist schon tot. Okay. Ich dachte, der wäre noch dahinter. Dann hätte ich den mir schnell geholt. Das gibt's doch nicht. Den hätte ich mir aber jetzt holen müssen. Ja, jo. Es geht ja schon mal wieder gut los. Wie viel steht's überhaupt? 4-4. Liegt natürlich jetzt an der Waffe. Ich hoffe mal, ich krieg da jetzt auch ein paar Meckels. Wie ist denn... Nein, nicht für die Distanz gedacht. Ich hab gedacht, da könnte ich noch schnell... Ich hab nämlich auf der Karte gesehen, dass hinter mir einer war und in meine Richtung läuft. Aber dem konnte ich nicht mehr ausweichen. Das ist... Ach. Ich glaube, ich nehm doch wieder, oder? Nee. Wir pushen jetzt die P90 hoch. Boah. Da steht ja noch einer. Warum wurde der nicht abgeschossen? Voll schlimm. Hier. Und so. Schnell. Nachladen. Kommt da noch einer? Da sind noch mehr. Fünf Prozent noch. Och, Mann. Verdammten Granaten immer. Da dachte ich, schaffe ich das mit den fünf Prozent noch, aber... Ein Messer killen. Ja, kill den doch. Warum hat der das Messer nicht ausgepackt? Na, super. Hätte der das Messer direkt ausgepackt, dann hätte ich den noch bekommen. Und hätte dem jetzt nicht nachgelaufen. Boah. Runter. Ganz schnell runter. Hier. Friss Granaten. Hier für die Kollegen noch ein bisschen... Oh, ne. Falsche Waffe. Hier scheinen auch noch welche zu sein. Ich muss mal wieder ein bisschen hier in die Claymore setzen. Jawohl. Endlich. Zwar nicht das beste Visier. Aber immerhin, ich habe jetzt eins. Weil das geht nämlich überhaupt nicht, was ich hier im Moment habe. Zubehör. Reflex. Habe ich... Ja, sonst habe ich ja nichts. Mal gucken, wie das ist. Ja, super. Das ist auch nicht gerade das Beste. Irgendwo... Ne, doch nicht. Ja. Ein bisschen Munition für euch. Sieht nicht gut aus im Moment. Für uns. Ja. Ich muss auch mal ein bisschen auf den Boden gucken. Hilfe bei Kill. Oh, nein. Woher? Schnell runter. Nein, Granate. Oh, Granate. In die Arme wieder. Einer Schrotflinte. Ja, die Starts sehen auch nicht wirklich gut aus. Äh... Ja, kann man behalten. Sieht der den nicht? Ist der blind? Er läuft an einem Gegner vorbei. Oh. Da konnte ich nicht durch. Ja. Also, jetzt geht es hier aber rund. Was habe ich hier überhaupt? Schutz für Squad? Brauche ich doch gar nicht. Äh... Nehmen wir mal... Sprint... Ja. Nehmen wir Sprint. Claymore. Ja. Können wir behalten. Können die nämlich jetzt schneller sprinten. Da war noch gerade einer. Oh, Frame. 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 Ich habe gerade Frame-Einbrüche gehabt. Diese F2000, ey. Ja. Da kriege ich sie wieder auf die Rübe. Also, heute schlechter Tag, um Battlefield 3 zu spielen. Stirb doch. Das war die falsche Taste. Aber egal. Ah. Ich habe auch einen gekillt. Ja. Kill, kill mit der Claymore. Das muss man auch erst mal hinkriegen. Oh, nein. Alter. Man kann es mit den Schrotflinten noch ein wenig übertreiben. Die sollten sowieso mal verboten werden, die Schrotflinten. Wo? Ja. Genauso wie die da. Ab sofort wird in Battlefield alles verboten, womit ich sterbe. Ey. Das gibt es doch nicht. Da genauso wieder. Schrotflinten wieder. Also, haben wir schon mal zwei Waffen. F2000 wird gesperrt. Am Ende nur noch meine PP19. Boah. Das gibt es doch nicht. Also, das ist der Grund. Oh. 10.000. Geht's auch weg. Da. Oh, jetzt wollen sie schon einen Votekick starten. Oben im Chat hat man das gerade gesehen. Da ist schon wieder einer. Oh, Granate. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, Glück gehabt. Das sah nämlich gerade so aus, als wenn die, ähm, Granate hinter mir wäre. Dann hätte ich... Boah. Halt ausgesehen. So, schnell nachladen. Boah, heftige Frame-Anbrüche wieder. 15 hintereinander hat gerade einer, einer geschafft. Ja, da würde ich von träumen. Also, mein Höchstes war, glaube ich, 3. Also, 3 auf jeden Fall. Habe ich sogar heute nochmal geschafft. Und ansonsten weiß ich gar nicht. Ich glaube, 4, 4 war, glaube ich, das Höchste. Ist auch nicht wirklich gut. Aber ich bin ja auch kein Profi. Ne, dem laufe ich nicht nach. Ulteria. Eliminiert. Schall gedämpft. G18 Schall gedämpft. Habe ich das eigentlich auch? Warte mal. Ausrüsten. Nein, nicht die Magnum. Hä? Seit wann kann man denn die G18 schalten? Ach so. Ah, ist bestimmt eine eigene Waffe für sich nochmal. Kann man die bestimmt, äh, freischalten. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, wie ist, wie hat der jetzt den Schalldämpfer auf die G18 gesetzt? Aber, na gut. Das ist dann eine eigene Waffe, die man dann nochmal freischalten muss. Oh nein, Granate. Ich muss mal in Zukunft ein bisschen höher auf den Kopf schießen. Dann ist die Kopftreffer-Chance eher höher und dass der Gegner dann auch früher stirbt. Ja, hier hat man natürlich jetzt nichts gesehen. Oh, Messer. Messer. Messer doch. Messer eben doch. Katze und Maus-Spiel hier. Das war ja immer gerade übertrieben. Die ganze Zeit F-Taste gedrückt und nichts passiert. Und der wahrscheinlich auch. Messer-Kill hat der eine gemacht. Ja, immer diese Camper da. So, Zeit zum Sterben wieder. Oh, Granate. Puh. Das Spielende hat uns jetzt davor bewahrt, noch einen Kill zu kassieren. Ja, sehr gute Rate. 21 zu 33. Also schlechter geht's nicht. Aber das lag ja natürlich an der P90, die nicht wirklich gut ist. So, ich bin auf gutem Wege Level 41 zu werden, aber das muss ich auch erstmal schaffen. Und dann natürlich gleich der Service-Star-Punkt. Da haben wir ihn. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Actors LP mit eurem Gamezocker auf der Insel. Kack Island, denke ich mal. Ja. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.